ein wunderschönen kontakt und herzlich willkommen auf den krebat kanal mit dem matze am start ein wunderschön und dann geht es auf die erste pause richtig nicht von mir erwünscht vom gegner anscheinend und wir haben es wieder mit einem spanischen topclub zu tun im finale heute sozusagen ich hoffe ja wir können die echt vergeigte saison retten indem wir das ding gewinnen ja wobei war es nicht was ich mit ihnen haben eigentlich nie so die schwierigkeiten und darauf beruhe ich mich jetzt einfach mal ich hoffe das ist ein gutes um für diese folge das muss einfach klappen wir haben auch noch heimspiel ich bin einfach ruhig dann sie genau wie gehen sie jetzt heute mal hier die haben schon angst was sie haben schon angst dass sie hier untergehen ja nicht bereit deswegen machen wir brauchen ja es kann natürlich auch sein das gute ist das ist jetzt schon so man hat ja im spiel drei pausen die man zur verfügung hat und zwar haben sie jetzt schon geopfert das heißt die können dann nicht mehr viel im spiel ändern da haben sie dann nur noch ihre schnell wechsel zur verfügung sozusagen ja stelle vor ich nehme mit drei pausen wie vielen 30 haben sie auch mehr bleibt dann schon nicht mehr für die naja können wir eigentlich gar nicht mehr weil dann können kann ich bin dann gar nicht pause drücken also natürlich die hätten dann noch die halbzeit aber wir sehen ja das ist die letzte pause diese geben macht sie danach können die nichts mehr ändern naja wie du schon sagst wir gehen das ganze heute ruhig an ja wir machen erstmal nicht ja auch fehler auf und so genau weil wir sind lang genau ein bürger rechnung schon mal das ist alles gut da eben irgendwann werden wir da durchkommen und dann muss das ding natürlich rein aber ein tor reichsam wir müssen nichts aufholen ein tor reich zu halten müssen dann keine zehn schießen oder kommt das du kamen jetzt bewegen die sich nicht mehr ja aber jetzt können sie nicht mehr also jetzt geht es auf jeden fall weiter jetzt müssen sie am start sein oder auch nicht aber es sieht anscheinend so aus weil läuft ja ok ok let's go der neue star ja ganz locker hier habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich glaube ich wollte gerade sagen ganz ruhig dann aber macht mit euer wunder stark sag mal warum denn blockiert sozusagen den wird er nicht mehr kriegen ja schwierig gespielt und den kollegen der anderen seite ja gut wäre dann eh noch vorteil gewirr anscheinend ja wo was hand oder das ist schon wieder wir haben irgendwie gefault was wir gar nicht wollten ich mache mal runde auf kim ich hatte nein jetzt sollte dein scheiße auch glück gehabt der kind und chemie ist verletzt erst mal schade kriegst du nicht kann doch auch da bohrten gott sei dank neuer ja na klar es läuft in mich rein natürlich zu wissen starr jawohl nein jetzt kommen dann auf die macht euch ein weiter mach und runter der hat es uns ja ich mag wieder runter jawohl noch mal ein zurück wenn du schaffst wunderbar schade da war zu weit am tor schade aber gut ausgespielt mal mit köpfchen gemacht und der ist weg ja sauber auf solche konnte gelegenheit müssen wir ja müssen wir warten macht zur not nach ja genau ob wir zwar ein komponierer ich mache zurück das war glaube ich nicht mehr das war glaube ich ja da habe ich auch nicht verstanden warum wir den jetzt nicht gekriegt hat natürlich wieder zurück zum gegner ja und auch der geht zum gegner also frage mich manchmal bei uns wozu es die zweikampf taste gibt du gewinnst den zweikampf aber der abprall dabei geht zum gegner in vielen situation mittlerweile ja naja jaja hat er bei mir auch eben gesagt natürlich nicht mit ja na klar hatte ich gerne an getunnelten ach shit hätte erst mal selber vielleicht haben sollen so eine mom zu köpfen jawohl schießt ab ja starker schuss haben wir sind im spiel das ist das wichtige hier perfekt oder müsste passen gehen meiner noch schade er habe ja jawohl ja habe ich das ist meine beim gegner weil das ding zurück und der eine mitspieler von ihm bleibt stehen er ist da gerade ziemlich alleine oh jetzt müssen wir es irgendwie geschickt man keine ahnung da hat soweit glaube ich ich habe ich noch unter stark 0 0 ich würde sagen wir sind wir brauchen drei genau wir brauchen definitiv ein tor weil wir es so weitermachen ich glaube dann kriegen wir das auch hin ja ich weiß nicht naja drin bleiben heißt die devise ja eben und chancen sind ja da müssen sie hinten wieder wach bleiben und dann noch ein bisschen präzise nach vorne so ein bisschen so weil irgendwie fehlt mir hier sturm vorne ein das stimmt das noch nicht so ja offensichtlich man gewohnt ist von den bayern ich mache gleich weiter er ist nicht mehr abseits mitte mit rein abgeblockt so weit war der anscheinend noch nicht wo kriegst du den nicht weil ich habe ihn nein auch stark bei messi habe ich eben schon gedacht na der setzt sich doch durch na klar nach einer ecke scheiße direkt die aufschlösen an dann direkt aber wie sturm taktik oder was ja hier diese taktik spezial das creme hat original hier genau das ok da wollen müller mit rein gut dann heißt es jetzt druck machen gegen boating sind ja alles klar ob ich jetzt auch nicht klein aber doof habe ich aber noch er ist mal zurück geflogen zu uns das gibt es doch gar nicht ja geil so muss eine antwort aussehen aber war auch gut dass du gleich abgezogen hast sonst hätte ich nämlich er gekriegt ja sehr geil hat mir das ding wieder mit der linie schafft ja perfekt und ich schicke die barriere es gibt sie nicht warum bleibt er liegen nein es gibt sogar nicht das war meine parade hallo reagiert denn die nächste ecke oder das ist eine ecke er wird es nicht gibt es keine wiederholung hier der lager am boden und ja ich mache weiter ach schade das gibt es doch nicht ich hasse sowas ja egal wir kriegen das noch hin hier dann ist so einkaufbar hofene jawohl ja na sich ja da muss ich das hat er hoch hoch ja gleich wird die wohl noch doch warte ich pass runter jetzt mitte wenn du schaffst nein so mit fuß dran es gibt so nicht die hand hat klar sich haben ja ich hab nein ja ja sorry das war echt gerade ein bescheidener schuss es gibt es doch nicht ehrlich ach gut dann drei toren elf minuten ich glaube das ist ja leute jawohl gleich hier ich habe ich habe schon totalen angriff ja das ist natürlich jetzt die kehrseite richtig führer ja meine das witzige ist in der zweiten hälfte sechs tore schon das problem die können auch mit den spielern ja das ist ja schön auf zeit das war weltklasse was er heute gespielt hat und weg war der foto oder was ist auch bescheiden so ja ja alles wird geblockt wir sind anscheinend echt anscheinend sind wir wirklich schlecht anscheinend siehst du und vorteil für die jahre klar die geräte hat funktioniert wie eklig ist das bitte ja gut saison ist verkackt gewesen vorher schon letzten beiden spieler haben das alles zugebeigetragen da war zu wieder liga vier richtig top haben wir zwei saisons ja also drei saisons haben jetzt in liga 3 ja echt durchgehalten aber und zweimal waren wir nahe ein aufstieg aber nein muss halt absteigen aber nie sollen sein leider naja aber ich war eigentlich doch die müsste ich ja zu beginn der folge aber auch noch zur halbzeit eigentlich weil da hatten wir sie eigentlich im griff aber dann ja nicht schon zweite hälfte dieser scheiß eckball den wir jetzt hier noch mal sehen leider alles verändert naja da hat nicht sein nächste folge dann liegt hier von vorne und hoffentlich der direkte wieder aufstieg so und bis dahin sind wir raus noch mal Vielen Dank.